herzlich willkommen zum leben lieben loslassen podcast schön dass du heute wieder mit dabei bist mein name ist friedrich stratmann und ich begrüße dich zur heutigen folge viele suchen das glück und oft wird über das glück gesprochen die sehnsucht nach einem glücklichen und erfüllten leben aber was bedeutet das denn überhaupt was ist ein glückliches und erfülltes leben für dich eins vorab ich kann dir diese frage heute auch nicht beantworten aber das ziel dieser folge ist es dir impulse zu geben neue blickwinkel auf das glück was es heißen glückliches leben zu führen und dass du tun kannst um zu erkennen was glück für dich bedeutet und darüber möchte ich heute reden und ich habe mir dazu auch wieder unterstützung an die seite geholt du kennst sie auch schon aus ich meine zwei anderen folgen die ich mit ihr aufgenommen habe und das ist meine liebe frau lea herzlich willkommen im leben lieben loslassen podcast dankeschön ja es freut mich dass wir heute wieder diese folge miteinander aufnehmen und ich kann mich noch gut daran erinnern aus welchem impuls diese folge entstanden ist es war ein gemütlicher abend auf dem sofa wir haben mal wieder einen weihnachtsfilm angeschaut jetzt ist es auch kurz vor weihnachten wenn wir diese folge aufnehmen und irgendwo ist es ja auch diese zeit im jahr wo wir uns mit den uns liebsten menschen verbinden vielleicht auch noch mal reflektieren das jahr was ist gut gelaufen was ist weniger gut gelaufen und auch ein stück weit die weichen stellen für das was im nächsten jahr kommt denn wie sagen wir immer so schön ja schöne feiertage und einen guten rutsch ein glückliches neues jahr gut ich meine dieser satz kommt leicht über die lippen aber wirklich das mal zu durchdringen zu überlegen ja was heißt das denn ich glaube das ist gar nicht so einfach und ich glaube wenn man diesen satz auch ausspricht ich weiß nicht wie es dir geht lea aber ich habe das gefühl jetzt gerade so beim reden bedeutet das ja auch dass es vielleicht davor auch einen zustand gab wo man nicht glücklich war oder dass man gar nicht glücklich ist vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine unterstellung oder es ist so etwas wo man sagt naja vielleicht kennst du das auch dieses wenn dann wenn das passiert dann bin ich glücklich und ja so übersieht man aber vielleicht auch das glück was eigentlich schon auf der straße liegt oder wie siehst du das ja absolut also ich erinnere mich noch ganz gut als wir uns kennengelernt haben da hatte ich genau diese wenn dann formel einprogrammiert und konnte sie im schlaf beherrschen und kann mich noch wirklich daran erinnern dass ich meine wohnung war nicht ganz oder mein wg-zimmer nicht so schön und das war alles sehr turbulent bis ich ein neues wg-zimmer gefunden habe und dann sagte ich zu dir friedrich wenn ich die neue wohnung habe beziehungsweise wenn ich das neue wg-zimmer habe dann bin ich glücklich dann hast du eine glückliche lea an deiner seite ungefähr jetzt musst du noch mit einer unglücklichen leben dann hatte ich die neue wg und dann hatte ich das große streben nach einem job in london und dann ging es wieder so weiter friedrich wenn ich diesen job habe in london dann bin ich glücklich und das habe ich bestimmt noch in anderen situationen gesagt auf jeden fall hast du mir dann deutlich gemacht einfach mal gespiegelt zu sagen lea wenn dann also muss dein glück denn an irgendeine eine kondition oder eine bedingung gebunden sein ja also rückblickend war das auf jeden fall ein moment wo ich das thema glück und glücklich sein noch mal für mich überdacht habe und diese wenn dann bedingungen versucht habe aus meinem leben zu bannen weil ich das einfach nicht gesund finde und versuche ja den den weg als das glück zu sehen oder ja einfach im moment glücklich zu sein auch wenn vielleicht eine bedingung noch nicht erfüllt ist ja absolut ich meine du hast das ja so schön als dein leitspruch und dein mantra im rahmen deiner selbstständigkeit als glücksbotin lea diesen diesen schönen satz den ich gerne auch ins spiel bringen möchte glück ist kein ziel sondern ein weg und ich fand das total spannend als du diesen satz einfach mal so rausgehauen hast und gesagt hast okay ja dafür stehe ich auch und so wie du es eben beschrieben hast ist es ja auch ein weg gewesen dort hinzukommen zu dieser erkenntnis und so wie du sagst ja da war am anfang dieses glück immer an irgendeine bedingungen gebunden die erfüllt werden musste damit du dich eben glücklich gefühlt hast bzw was die eine vorstellung davon gegeben hat ja wenn das so ist dann fühle ich mich glücklich doch die frage ist ja dann immer okay dann hast du es erreicht und wie geht es dann weiter und es ist ja immer wie so ein ratten rennen ja so wie so ein hamsterrad dass ich immer weiter dreht 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 da hast du das eine geschafft dann geht es zum nächsten und so weiter und so fort und so ist es ja auch ein stück weit mit den zielen oder vorsätzen die ja vielleicht jetzt dann auch kommen so rund um das neue jahr was man sich alles vornimmt und irgendwo versucht und sich sagt jetzt ist die zeit mensch 2022 da pack ich es an und nehme mein leben in die hand und schaue dass ich irgendwie glücklich werde oder irgendwo in meinem leben wo ich merke da passt es noch nicht dass ich da ansetze und was unternehme aber die frage ist wie nachhaltig ist das denn und ich glaube dass es da einfach auch lohnt dass du von dieser position kommst zu schauen wo stehe ich denn und was läuft denn eigentlich schon gut aber ich sehe es noch nicht ja absolut und wie kann ich wirklich jetzt glücklich sein ohne noch mehr zu wollen also das heißt nicht dass du nicht nach mehr streben darfst absolut gar nicht du kannst nach glück in jedem deiner lebensbereiche oder lebens abschnitt vom lebensrat oder also in all deinen bereichen suchen das ist auf jeden fall in ordnung aber du solltest solltest ich will dir keinen befehl geben aber ich empfehle dir nicht erst glücklich zu sein wenn du dieses glück erfolgreich erreicht hast sondern wirklich einfach zu sagen das streben danach reicht schon also ich strebe danach glücklich zu sein also gebe ich es jetzt also bin ich jetzt glücklich ich habe keinen punkt gemacht übernehmen sie friedlich ja du hast eben vom streben nach glück gesprochen ich glaube dass es ja auch damit beginnt eine entscheidung zu treffen und zu sagen ja ich möchte glücklich sein ich entscheide mich dafür für das glück für die fülle und für die liebe im leben und in dem moment glaube ich legst du da schon einen wichtigen schalter um um deinen fokus auch zu schiften und damit zu beginnen auf das zu schauen was denn alles schon gut läuft und auf das leben als ein chancen und möglichkeiten potenzial zu schauen auch wenn es da aktuell ja in gewisser weise auch einschränkungen gibt die unterschiedliche lebensbereiche oder vielleicht auch deine psyche all das was dich ausmacht eine stimmung irgendwo beeinträchtigen aber ich bin fest davon überzeugt dass es auch lebensbereiche gibt in denen gerade dinge gut laufen dass es nicht alles schlecht ist gerade ne also egal was auch passiert auch wenn du ein verlust erfahren hast was ohne zweifel ein großer schmerz erst mal ist weit auch ein schock oder irgendwo je nachdem wie plötzlich das auch war eine große lücke auch da ist aber was ich da auch spannend finde ja alles braucht seine zeit um auch darüber hinweg zu kommen oder dem ganzen raum zu geben aber ich finde es auch spannenden punkt dann auch zu schauen sich das komplette spektrum anzuschauen also es gibt im coaching außer dieses rad des lebens das im prinzip auch unterschiedliche lebensbereiche beschreibt in denen du für dich auch schauen kannst hey wo stehe ich da gerade wie zufrieden bin ich da gerade wie glücklich bin ich gerade mit meiner beruflichen situation mit meinen finanzen mit meiner persönlichen entwicklung mit meinem sozialen umfeld mit meinem ort an dem ich lebe mit meiner gesundheit ja also das sind ja alles unterschiedliche lebensbereiche die uns tagtäglich irgendwo berühren uns aber gar nicht so bewusst sind dass unser leben eben unterschiedliche anteile auch hat die es ausmachen die es vollkommen machen und ich glaube einfach dass du auch ein vollkommenes und glückliches leben führen kannst wenn es in einem bestimmten lebensbereich gerade mal ruckelt oder nicht so läuft wie du dir das wünschst oder dir vorstellst wie es zu sein hat und dann hinzugehen und zu schauen in welchen lebensbereichen läuft es gut und wo kann ich kraft rausziehen und meinen fokus darauf richten ja was gibt mir kraft in welchen lebensbereichen fühle ich mich gerade glücklich da läuft es ist vielleicht auch die beziehung die partnerschaft sei es eine einheit da eine erfüllung eine liebe oder auch in der persönlichen entwicklung dass du merkst okay ich weiß da gibt es bestimmte punkte bestimmte rituale routinen die tun mir gut ich weiß was mir gut tut was mir freude macht und wie ich egal was da draußen passiert die kraft und energie in mir finde ich glaube dabei gibt es auch kein richtig oder falsch denn wie wir vorhin so schön gesagt haben glück ist kein ziel sondern ein weg und die wege entstehen ja bekanntlich beim gehen oder leer ich glaube da haben wir in unserem leben auch einige beispiele die das belegen da kann ich nur zustimmen und ein ja vielleicht prägendes beispiel oder sehr anschauliches beispiel ist ja tatsächlich einfach der jakobsweg also ich weiß nicht ob wir es schon mal genannt hatten in einem der anderen episoden aber falls du noch nicht den jakobsweg gegangen bist da steht auch wirklich überall immer dieser slogan ähm der weg ist das ziel ne el camino hace el destino genau oder auf spanisch halt ähm und ja also dem ist so also ähm Friedrich hat eben ja auch schön so schön gesagt dass manchmal man sich Sachen vorstellt wie sie zu sein haben und sie einfach anders kommen und dann davon das glück nicht abhängig zu machen und davon also nicht diese dinge diese kleinen dinge quasi mehr gewichten als die vielen schönen dinge die eigentlich toll sind glücklich machen können oder einem kraft geben können und ähm wir sind im juni glaube ich im juni war es auf den jakobsweg losgezogen mit dem fahrrad und normalerweise im jahr davor war irgendwie 30 grad und hitze aber bei uns nicht es war kälte es war wirklich wirklich kalt wir sind morgens zum teil heißt nicht bei um die null grad losgefahren und da war es einfach so eine schöne übung dass das nicht uns unser glück versaut auf dem weg diese wunderschöne natur zu sehen morgenreif zu sehen und ähm auf den kompletten jakobsweg betrachtet jeden abend hatten wir unser ziel erreicht und trotzdem haben wir uns gefreut auf den nächsten tag zu begeben ja also so war es wirklich stück für stück und tag für tag im moment sein also eigentlich nicht schritt für schritt sondern in dem fall pedale für pedale ähm das glück spüren und den wind durch die haare oder im gesicht spüren und ähm einfach ja zu sein und so darf man auch durchs leben gehen schritt für schritt tag für tag minute für minute auf das schauen was einen glücklich macht ja und so war das ja damals auf dem jakobsweg auch ne also wenn wir jetzt rückblickend darauf schauen ich glaube worüber wir am meisten reden mit abstand am meisten reden ist das was auf dem weg passiert ist ja es war ein cooles das gefühl am ende in santiago und auf dem platz zu stehen sich mit allen anderen leuten zu freuen bildern zu machen aber genauso gehören eben diese auf und abs auf dem weg dazu na am ersten tag direkt zum höchsten punkt hoch geradelt geschwitzt ohne ende dann gefroren bei der abfahrt ja die kälte und die anstiege die glücksmomente unterwegs die schöne aussicht abends todmüde aufs bett zu fallen und genauso auch diese konflikte konflikte unterwegs ja wer fährt und 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 ich glaube ich habe es am eingangs auch schon gesagt der impuls zu dieser folge kam auch nachdem wir ich glaube es war auch ein sonntag auf dem sofa saßen und einen weihnachtsfilm angeschaut haben und in diesem film ging es eben auch darum dass es über ein paar ging das eigentlich schon die ganze zeit miteinander zu tun hatte zusammen eine radioshow hatte und irgendwie so best friends aber am ende ja wie es dann so ist werden sie halt ein paar und es ist so dieses naja worauf schaust du die ganze glück war die ganze zeit hautnah vor der vor der nase und man guckt einfach nicht hin oder traut sich vielleicht auch nicht mal um die ecke zu schauen oder und ich denke das wichtigste was du vielleicht aus dieser folge für dich mitnehmen kannst ist zum einen diese brille mit der du aufs leben schaust wie wichtig das ist ja dass du einfach wenn du merkst okay in einem lebensbereich da stimmt es gerade irgendwie nicht das ist nicht so wie ich mir das vorstelle da fühle ich mich nicht glücklich dass du dir einfach bewusst machst so hey was sind eben die anderen lebensbereiche meinem leben die auch eine rolle spielen und wo steckt da tatsächlich vielleicht auch schon das glück drin nur ich sehe es nicht und dann den nächsten schritt anzugehen und zu schauen hey wie kann ich das glück auch im hier und jetzt in jedem moment finden und einfach auch dankbarkeit dafür empfinden für das was da ist und das ist aus meiner sicht auch so diese basis wie du deinen persönlichen glückszugang findest egal was außen passiert egal wie schwierig es gerade ist dass du weißt okay ich habe meinen persönlichen glückszugang no matter what und das kann zum beispiel sein dass du wenn du merkst du hey das läuft gerade nicht so wie ich es mir wünsche dieser tag oder heute ist irgendwie ab ist ja alles schief gegangen dass du vielleicht einmal so überlegst hey war das war es das wirklich so oder gibt es da nicht auch dinge für die ich jetzt sofort dankbar sein kann dankbar sein kann ohne dass irgendwo was großes passieren muss wie du es auch so schön gesagt hast lea manchmal sind es die kleinen dinge die wir aber so gern übersehen und deshalb laden wir dich einfach ein jetzt die anstehenden weihnachtstage den jahreswechsel auch dafür zu nutzen um im hier und jetzt anzukommen das glück im moment zu finden dich auf den weg zu machen das glück auch in den kleinen details des lebens zu finden das leben als ein möglichkeitenpotenzial zu sehen jede facette davon wert zu schätzen und auch wenn es vielleicht im ersten moment schwierig und unbequem ausschauen mag entpuppt es sich manchmal vielleicht auch noch als eine wundertüte oder ein schatz der auch großes glück in sich bergen kann soweit dazu lea möchtest du noch etwas hinzufügen ich wünsche dir lieben hörer liebe hörerin frohe weihnachten und viel glück also glück was du vor deiner nase schon findest und siehst und mit dir trägst genau wunderbar ich danke dir lea die glücksboten lea heute zu gast auch im podcast und ja auch von meiner seite wünsche ich dir frohe fröhliche weihnachten auch in einer besonderen situation unter besonderen umständen dass du die zeit nutzt um mit dir und dann den dir lieben menschen auch eine schöne zeit zu verbringen so gut es möglich ist und ich freue mich wenn wir uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin alles liebe dein friedrich und ich freue mich und ich freue mich und ich freue mich und ich freue mich